Herzlich willkommen zur Critical Communications World hier bei Motorola Solutions in Berlin. Für Motorola Solutions ist dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr. Wir feiern nicht nur 90 Jahre Motorola Solutions weltweit, wir feiern auch 50 Jahre Motorola Solutions hier in Deutschland. Aus diesem Grund haben wir uns für unsere Kunden auch ganz besondere Highlights einfallen lassen, die wir hinter uns auf dem Stand ausstellen. Dazu gehören Public Safety Smartphone, das Lexe L11, genauso wie eine transportable LTE-Zelle, das LXN 500. Des Weiteren stellen wir bei uns auf dem Stand unsere letzte Akquisition aus. Das ist Avigidon, die unseren Kunden helft, Videotechnik zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger einzusetzen.